Bleibt sie in Führung. 142,37 Punkte übernimmt sie die Spitze. Da, jetzt ist Schluss. 1er Platz au moment pour Karine Pointis. Eingefahren ist bei Nummer 93, der Nummer 93 für die Schweiz, Zwitserland, Christophe König. Muss ich noch finden. Nach Dressur und Gelände mit 141,12 Punkten. 1,23 Punkte Vorsprung für den Schweizer. 0,21 Punkten. 0,21 Punkten. 10,21 Punkten. 0,21 Punkten. 0,21 Punkten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020